Willkommen! Ich habe hier ein ganz tolles Bettsofa für Sie und zwar von der Möbelmesse Köln aus dem Hause Bali, das Modell Neapel. Eine Weiterentwicklung vom berühmt-berüchtigten Messina-Bettsofa in Mikrofaser-Olivgrün. Ein sehr schönes Modell mit klassischen Armlehnen, etwas weicher gemacht auf dieses Spitzkissen, also die Naht ist auf der Mitte der Armlehne und damit wirkt das Ganze zierlicher mit zwei losen, festen Rückenkissen. Also die Rückenkissen sind nicht lose, sie sind nur angedeutet lose und damit kann auch nichts verrutschen. Ja, und wie funktioniert nun das Bett? Nein, ganz einfach. Hier ist ein Hebel, den ziehe ich und dann ist das ein ganz normaler Beschlag vom Messina mit einer dicken, hochwertigen Matratze. Genug Platz für zwei! Schön zum Schlafen, wie im Bett. Sie schlafen auf Betthöhe, ja, Sie haben hier eine hochwertige Unterfederung, hier mit Latten, Holzlatten. Sie haben eine tolle Matratze, abziehbar, waschbar, der Bezug, also wie im Bett. Und Sie haben hier die einfache Messina-Technik. Das kann jede Frau machen, ohne Probleme. Zack, ist das Sofa wieder fertig. Das Sofa kostet im Laden ungefähr so 2,3 bis 2,5. So 1.300 bis 2.500. Bei uns viel weniger. Ich habe es einmal, es ist genau dieses Stück. Wer zuerst schnappt, der schläft am besten. Dankeschön und Tschüss.